Was ist der Weltijab-Tag? Vor den Blicken von vielleicht Menschen mit falschen Absichten. Und des Weiteren hat dieses Gebot auch den Sinn, dass wir erkannt werden als Muslime. Im Heiligen Koran in der Surah 33, Vers 60 heißt es ja auch, dass die Verschleierung der Frau dazu dehnt, dass wir erkannt, aber eben nicht belästigt werden. Und wie macht man richtig Berta? Ja, das Gebot ist ja, dass man die Reize bedeckt. Außer das, was automatisch ersichtlich ist. Die Körpergröße zum Beispiel, die ist automatisch ersichtlich. Ansonsten sollten wir unsere Reize verdecken. Das heißt, unsere Mäntel, die sollten auch nicht allzu eng sitzen. Der Sinn dahinter, wie gesagt, ist ja, dass wir keine falschen Blicke auf uns lenken. Wenn wir aber beispielsweise einen Mantel tragen, der sehr eng an der Haut sitzt oder der Pailletten drauf hat, der verschiedene Muster drauf hat, vielleicht erfüllen wir dann gar nicht mehr den Zweck, weil vielleicht lenken wir dann erst recht die Aufmerksamkeit von anderen auf uns. Wenn wir ganz genau uns das Gebot anschauen, dann hat uns der verheißene Messias, Alessna, hat uns sehr genau erklärt, wie das bei da einzuhalten ist. Er hat gesagt, dass als erstes die Haare bedeckt sein sollten, vorne sowie hinten. Die Stirn sollte bedeckt sein, die Wangen sollten bedeckt sein und das Kinn sollte bedeckt sein. Da gibt es jetzt auch eine Voraussetzung. Und zwar, sobald man geschminkt ist, beispielsweise einen Lippenstift trägt, sollte man das Gesicht auch bedecken. Das heißt, auch die Lippen sollten dann bedeckt sein. Ab welchem Alter sollte man anfangen mit Berta? Ja, weißt du, das kann man gar nicht so eingrenzen. Man kann da eigentlich gar nicht so ein Alter nennen, weil jeder Körper sich unterschiedlich entwickelt. Das kann nämlich sein, dass ein zehnjähriges Mädchen körperlich viel reifer aussieht als ein zwölfjähriges zum Beispiel. Und dann für sie dieses Berta-Gebot vielleicht noch gar nicht so gilt, wie für das zehnjährige Mädchen. Was wichtig zu beachten ist, sobald man die körperlichen Reize entwickelt hat, ab dann gilt auch das Berta-Gebot. Das heißt, ab dann halten wir uns auch daran, dass wir lockere Kleidung tragen, dass unsere Mäntel lang sind und dass wir unsere Haare bedecken. Wie sollte ich reagieren, wenn ich in der Schule gehänselt werde? Das ist eine sehr wichtige und eine sehr interessante Frage auch. Ich denke, wenn wir die Grundvoraussetzungen erfüllen, dann wird es sehr einfach für uns. Was ist die Grundvoraussetzung? Ich denke, das sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass unser Glaube an Allah-Dala so stark ist, dass wir wissen, dass jedes Gebot, was im Heiligen Koran erwähnt ist, dass das gut für uns ist und dass das mit Segnungen erfüllt ist. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und unsere Liebe so stark ist zu unserem Schöpfer, dann haben wir schon mal eine große Grundvoraussetzung erfüllt. Der zweite Punkt ist, dass wir ganz, ganz genau wissen, wieso wir das Berta-Machen. Und wenn wir genau wissen, wieso wir das Berta-Machen und auch davon überzeugt sind, wieso wir Berta-Machen, dann werden wir auch ein besonderes Selbstbewusstsein entwickeln, werden ein sehr besonderes Selbstbewusstsein haben, um die nächsten Schritte einleiten zu können. Dann kann man sich überlegen, ja, ich weiß, wieso ich mein Berta-Mache und ich bin sehr überzeugt davon. Dann kann man mit diesen Mitschülern versuchen zu reden. Man kann das Gespräch suchen, man kann versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen. Wenn wir aber merken, ja, die haben gar kein Interesse, dann können wir auch zur nächsten Instanz. Wir könnten mit dem Klassenlehrer sprechen. Wir könnten sagen, ich würde gerne hier einmal im Stuhlkreis mit allen Mitschülern sitzen oder ein Referat halten und ein bisschen erklären, wieso ich denn mein Kopftuch trage. Und ich sage dir eins, wenn wir sehr standhaft bleiben mit unserem Kopftuch und immer das Kopftuch beibehalten und anlassen und auch dafür kämpfen, dann werden wir, Inschallah, irgendwann dahin gelangen, dass wir vielleicht gar nicht mehr antworten müssen, sondern unsere Mitschüler schon diese Arbeit für uns übernehmen, weil die einfach schon so gut informiert sind über das Berta-Gebot. Und man entwickelt sehr viel Respekt, weil die werden dann sehen, hey, dieses Mädchen, sie ist so stark in ihrem Glauben und so standhaft, das ist ein ganz besonderes Mädchen. Und dann werden die sehr viel Respekt auch entwickeln. Jazakala. Jazakala auch an dich. Aslamlikum. Aslamlikum.